Wurdest du jemals mit Beton statt mit Händen gehauen? Denn genau so muss sich das anfühlen, von Alex Pereira getroffen zu werden. Ich schwöre, das fühlt sich an, als ob ein Hammer auf den Schädel einschliffen. Der Brasilianer ist nämlich für seinen unaufhaltbaren Druck, starkes Cardio und unglaubliche Power in seinen Fäusten bekannt. Er tötet seine Gegend. Die bleiben nach 10 Minuten schlafen. Pereira hält außerdem eine sehr solide Knockout-Rate von 65% gegen die Elite im Kickboxen und sogar einen K.O.-Sieg gegen Israel Adesanya.